Hallo liebe Weinfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Summlier TV, bei mir im Blog von der Institute of Brings. Mein Name ist Peter Ladinik, ich betreibe diesen Blog hier und ich darf euch heute wieder einmal einen schönen, spannenden Wein vorstellen. Also, krank werden lohnt sich. Hallo liebe Weinfreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Summlier TV, hier bei mir im Blog von der Institute of Brings. Heute habe ich einen Zweigeld von Weingut Bernhard Ernst aus dem Jahre 2012 für euch. Das Weingut Ernst liegt in Burgland und Deutschkreuz. Und ja, dieser Zweigeld wächst in einem Weingarten mit 35 Jahren, schon ein bisschen ein älteres, aber genau richtig. Die Böden sind eher sandig-lehmig, viel Schotter-Unteil, ein bisschen Kalki ist dabei und ja, der daraus beneficierte Wein hat 14,8% Alkohol. Ist also eher ein bisschen typisch, zwar auf der kräftigeren Seite zum Alkoholgehalt bzw. höheren Seiten, aber das ist Burgenland, das passt schon. Und ja, dazu probieren wir mal diesen Zweigeld von ihm. Den muss gestehen, das ist der erste Wein, den ich von MeinGut Ernst verkoste. Ich kenne Bernhard Ernst nur über Facebook, aber jetzt hat man Zeit auch was von ihm zu verkosten. In der Nase, typisch Zweigeld. Weichsel, Kirsche, etwas Heukräuteraromatik ist dabei. Sie hat ein bisschen an Rosenrink, Thymian, Mayeron, also eher die Kräuter, die man so aus der mediterrane Küche kennt. Aber im Vordergrund ist eher die Bärenstruktur oder die Bärenfrucht, genauer gesagt. Wie gesagt, Weichselbären, Brombeeren, Hingbeeren, Heidelbeeren. Es ist so das Markante. Weichsel und Kirsche sind so typisch für ein Zweigeld. Am Gaumen ist der Nini schon ein bisschen im Vordergrund. Es ist klar, es ist 2012. Ich bin jetzt immer noch schön ein. Sehr rassiges Reil ist dabei. Aber es ist wieder das schöne Fruchtkörper, das man vorher gehabt hat und schon in der Nase. Und wir haben ja am Gaumen wieder. Er ist breit, braucht zwar ein bisschen, bis er Kind. Am Anfang ist er eher noch verhalten, ein bisschen ruhig. Aber er wird nachher mit der Zeit schon breit, wenn er die Luft auch bekommt. Und wir haben wieder genau den selben typischen Zweigeld. Bären, Kirschen, Weichseln, Brombeeren, Heidelbeeren. Wir haben aber auch ganz dezent im Hintergrund leichten Rauchton, leichtes Karamell, leichte Vanilletöne. Langen Abgang, zieht sich schön hinaus. Wird erst zum Schluss richtig breit und macht zum Schluss wirklich nochmal ein schönes Finish. Als Speisenbegleiter würde ich den Hetzern nehmen, zu Krächtigen und Kalbsgedichten, zu Rindgedichten, zu Schmorbraten, diese Sachen, Lammbrücke mit Rosemittelsaft, geht perfekt, schöne Kombination. Ebenso auch zu Wild kann man den sehr gut vorstellen. So ein Reda, Guchisch, da wo sowas in der Ecke mit Breisselbeeren. Ebenso auch zu Schokoladenpasta hervorragend. Eher so, aber mit höheren Kalkanteil, ob 80%, 85% aufwärts. Und ja, am besten, ich habe jetzt den Zweigeldserer. Er ist total günstig eigentlich, was mich für die Qualität überhaupt nicht erschreckt. Schöner Preis-Leistungs-Verhältnis, top. Ebenso auch für die Gastronomie, super geeignet. Eben aufgrund dessen, dass er sich längeres lagert. Das hat ein schönes Lagerpotenzial von mindestens 4, 5, 6 Jahren. Und von dem her super Wein, sehr gut gemacht. Und dafür ist das eigentlich eher noch der, für seine Verhältnisse eher die Einsteiger-Kategorie ist. Das ist der Tipptopp. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon wieder. Wie gesagt, Weingut Bayern hat ernst, aus Deutschkreuz im monatschönen Burgenland. Schaut's vorbei, probiert's den Wein, probiert's die andere Weide, werde ich jetzt auch machen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao. Vielen Dank.